Was, Elisa? Das Feuer ist aus! Einer muss in den Wald zur Hexen. Feuer holen anstelle von Kohl. Und warum sollte ich dir diesen Gefallen tun? Weil ich dich darum bitte. Mist. Richtige Antwort. Aber so einfach bekommst du das Feuer nicht. Kugler und die schöne Was, Elisa. Mehr Infos findet ihr unter www.babayanga.de Äh, Quatsch. B-B-B, ist eine Klatsprung. T-Tschüss! B-B-B-B, ist eine Klatsch-Kollung. B-B-B-B, ist eine Klatsch-Kollung. B-B-B-B-B-B, ist eine Klatsch-Kollung, So sprüchen Sie im Moment. Vielen Dank.